Ich bin Mike von der Schweiz und kann die Schule recht gut empfehlen. Ich sage mir jetzt zwei positive Sachen. Die Schule hat vier Orte hier in Kolumbien, in Ibagué, in Medellin, Bogotá und Cartagena. Ihr könnt also hin und her wechseln, wie ihr wollt. Ein anderes super coole, positiver Punkt ist, wenn du zum Beispiel reisen möchtest, dann kannst du reisen für ein Wochenende und die Stunden, die du nicht in der Schule warst, kannst du umplatzieren, zum Beispiel wenn du da bist an einem Nachmittag. Ich finde es super cool. Merci vielmals, Nouveau Légo. Vielen Dank.